Mit welcher Innovation sind Sie denn da? Wir sind mit zwei Innovationen, zwei Neuheiten heute hier auf dieser Messe. Eine davon ist die Travel Mode Identification. Stellen Sie sich vor, Sie fahren als Tourist in eine Stadt, wollen die Stadt besichtigen und dabei öffentliche Verkehrsmittel verwenden und Sie brauchen sich im Vorfeld keine Gedanken machen, ob Sie ein Eintages-, Zweitages-, Dreitages-Ticket oder Einzeltickets kaufen wollen, sondern Sie steigen einfach in das Verkehrsmittel ein, nutzen welches Verkehrsmittel auch immer und am Ende Ihrer Reise bekommen Sie eine Abrechnung, die Sie bestätigen, wo Sie optimal entsprechend Ihrer Aufenthalte oder Anzahl der Trips entsprechend tarifiert werden und danach bezahlen. Das ermöglicht Travel Mode Identification im Kern Das kommt praktisch die große Abrechnung, die böse Abrechnung kommt am Schluss? Also die böse Abrechnung wird es nicht sein, sondern Sie müssen das ja auch bestätigen und hoffentlich sind Sie dann auch diese ganzen Trips dann auch gefahren, aber Sie haben die Möglichkeit, das dann noch entsprechend zu bestätigen, zu kontrollieren, zu bestätigen und im Nachgang dann für Sie das optimale Tarifmodell gewählt zu haben. DERECKLON 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 Untertitelung des ZDF, 2020